Ein Natrium-Schwefel-Akkumulator, abgekürzt NASA, ist ein wiederaufladbarer Akkumulator, eine sogenannte Sekundärzelle. Gegenüber anderen Akkumulatortypen werden statt eines flüssigen Elektrolyten ein fester Elektrolyt und flüssige Elektroden eingesetzt und für den Betrieb werden hohe Betriebstemperaturen im Bereich von 270 bis 350 Grad Celsius benötigt. Der NASA zählt damit zu der Gruppe der Thermalbatterien. Obwohl dieser Akkutyp schon Ende der 1970er Jahre entwickelt wurde, erlangten Natrium-Schwefel-Akkumulatoren. Primär aufgrund des aufwendigen Temperaturmanagements bis auf Spezialbereiche keine weitreichende wirtschaftliche Bedeutung. Allgemeines Die positive Elektrode besteht aus geschmolzenem Natrium, die negative Elektrode aus einem mit flüssigem Schwefel getränkten Graphitgewebe. Als Elektrolyt kommt ein natriumhaltiges Aluminiumoxid zum Einsatz. Da Natrium heftig mit Wasser reagiert, muss der Akkumulator gut gegenüber Umwelteinflüssen geschützt werden. Natrium-Schwefel-Akkumulatoren haben, neben dem Vorteil, dass die wesentlichen Grundmaterialien wie Natrium, Schwefel und Aluminium leicht verfügbar sind, eine vergleichsweise hohe Speicherdichte im Bereich knapp über. Experimentelle Anwendungen waren in den 1980er bis Mitte der 1990er Jahre Antriebssystem für Elektroautos und Energiespeicher in Kommunikationssatelliten. Aktuelle Anwendungen sind kleine bis mittlere stationäre Batteriespeicherkraftwerke in Japan, welche der Lieferung von Spitzenlast und zur Netzstabilisierung im öffentlichen Stromnetz dienen. In Deutschland betreibt seit 2010 die Kasekunden-Berliner Unternehmen Unicos gemeinsam mit Vattenfall einen 1MW-NAS-Akku als Pilotprojekt zum Ausgleich volatiler erneuerbarer Energien. Im gleichen Jahr wurde in Texas ein noch größerer NAS-Akku zur Steigerung der Versorgungssicherheit einer ganzen Kleinstadt installiert. In Anwendungsbereichen wie Elektroautos und auch als Stromversorgungssysteme in Weltraumanwendungen sind NAS-Zellen durch andere, jeweils geeignetere Energiespeichersysteme ersetzt worden. Als Hersteller von NAS-Akkus sind weltweit nur japanische Produzenten von Bedeutung. Mit Stand 2010 größter und dominanter Hersteller in diesem Segment ist NGK Insulators, welcher gemeinsam mit dem Energienetzbetreiber Tokio Denoyoko seit Anfang der 1990er Jahre NAS-Zellen im Rahmen von kleineren, stationären Batteriespeicherkraftwerken einsetzt. Weitere Hersteller sind die japanischen Firmen Hitachi und GS UASA. Ehemalige Hersteller von NAS-Zellen für mobile Anwendungen waren unter anderem A.S.I.E. Brown Bovary, S.I.L.N. Power Ltd. in England und Fort R.O. Space in den USA. Funktionsweise, die NAS-Zelle ist eine Hochtemperatursekundärzelle. Im Gegensatz zu vielen anderen Akkumulatoren besitzt sie eine sehr geringe elektrochemische Selbstentladung. Der Wirkungsgrad zwischen Ladung und Entladung liegt im Bereich um die 70 bis 85 Prozent. Die praktisch nicht vorhandene elektrochemische Selbstentladung wird allerdings dadurch relativiert, dass die Zelle zum Aufrechterhalten der Funktionsfähigkeit in einem hohen Temperaturbereich von ca. 300 bis 350 Grad Celsius gehalten werden muss, was neben einer entsprechenden thermischen Isolierung zur kühleren Umgebung zusätzliche Heizsysteme erfordert. Wird diese für den Betrieb nötiger Heizenergie der Selbstentladung zugerechnet bzw. Die Heizleistung dem Akkusystem entnommen, liegt bei kleinen Systemen wegen der hohen spezifischen Oberfläche eine hohe Gesamtselbstentladung vor. Wie bei allen Systemen, bei denen thermische Verluste vermindert werden sollen, gilt. Kleine Nass-Akkus eignen sich daher nur zum kurzfristigen Speichern von Energie. Superisolierte oder sehr große Nasszellen können aber wegen der reziproken Proportionalität der Oberfläche zum Volumen und damit der theoretisch möglichen geringen thermischen Verluste diese so weit minimieren, dass die Effizienz stark verbessert wird. Die Anzahl der Lade- und Entladezyklen ist zwar im Vergleich zu anderen Akkutypen groß, aber wie in nebenstehender Abbildung dargestellt, stark von der Entladetiefe abhängig, wird der Akkumulator in jedem Zyklus nur sehr gering entladen. Dies entspricht einer deutlichen Reduktion der effektiven Kapazität, sind einige 10.000 Ladezyklen möglich, wird hingegen vor einer erneuten Ladung immer eine Entladung bis auf 10% vorgenommen. Reduziert sich die Anzahl auf einige 1.000 Zyklen bis zu einem Ausfall. Der Verschleiß dieser gegen Tiefentladung empfindlichen Akkus ist eine Folge von thermischen Prozessen in der Zelle. Dazu zählt insbesondere bei Tiefentladung das thermische Durchgehen. Die hohe Temperatur ist notwendig, da Schwefel und Natrium in flüssiger Form vorliegen müssen. Die jeweiligen Erstarrungstemperaturen müssen weit überschritten werden. Damit ein ausreichender Energiefluss zwischen den Elektroden zustande kommen kann. Während die Elektroden bei hoher Temperatur in flüssiger Form vorliegen, liegt der Elektrolyt in Nasszellen immer in fester Form vor. Er besteht aus einer Natrium-Ionen-leitenden Keramik, die gleichzeitig für Elektronen ein Isolator ist. Wesentlicher Bestandteil der Keramik ist Natrium-Beta-Aluminat, bei dem ab einer Temperatur von 270 Grad Celsius die Natrium-Ionen so beweglich werden, dass eine ausreichende Leitfähigkeit besteht. Weitere mögliche Materialien sind beispielsweise Natrium-Oxid oder Magnesium-Oxid. Die US-amerikanische Firma Ceramitec entwickelt in Utah eine Version, die auch bei niedrigeren Temperaturen funktioniert. Bei der Verwendung einer neuen Nase-Con-Membran kann der Akkumulator bei 90 Grad Celsius betrieben werden. Dabei bleiben alle Komponenten fest. Während der Entladung oxidiert Natrium am Natrium-Beta-Aluminat und bildet positiv geladene Natrium-Ionen. Diese Ionen wandern durch den Elektrolyten und reduzieren an der positiven Elektrode den Schwefel zu Natrium-Pentasulfid. An der negative Elektroden wird flüssiges Natrium oxidiert. Bei der Ladung laufen die Vorgänge in Gegenrichtung ab. Die Gesamtreaktion lautet dann. Die elektrochemische Reaktion hängt von Faktoren wie Zelldesign und Temperatur ab. Der Innenwiderstand beträgt ca. 35 Millionen und ist nahezu unabhängig vom Ladezustand der Zelle. Die Leerlaufspannung einer geladenen Ennastzelle beträgt 2,076 V, wobei diese Spannung bei überwiegend vorhandenen Natrium-Pentasulfid annähernd bis zu 65% Entladung konstant bleibt. Nach dem Verbrauch von Schwefel reduziert sich im Bereich der Tiefentladung ein Teil des Natrium-Pentasulfids zu verschiedenen Formen des Natrium-Polysulfids. Danach bei zunehmender Bildung der verschiedenen Natrium-Polysulfide sinkt die Zellenspannung bis zur Entladeschlussspannung von 1,78 bzw. 1,9 V annähernd linear ab. Bei einer Entladeschlussspannung von 1,9 V liegt primär Na2S4 vor, bei 1,78 V liegt Na2S3 vor. Bei weiterer für den Akkumulator schädlicher Tiefentladung bildet sich in der Zelle Na2S2, welches unerwünscht ist, da es zu einem hohen Innenwiderstand und damit großen thermischen Verlusten in der Zelle führt. Die thermische Belastung kann zur Beschädigung der Zelle führen. In folgender Tabelle sind die technischen Daten einiger aktuell am Markt erhältlicher in A-Zellen aus japanischer Fertigung zusammengestellt. Die Bauform ist ausschließlich eine längliche, zylindrische Form. Nachweise ABUS Patent 4,04 728 1977 J. Zotworth Tilly The Sodium Sulfur Battery Verlag Chapman Enthal London 1985 ISBN 0-412-164906 K. Takashima U A. This Sodium Sulfur Battery for a 1 Megawatt Load Leveling System Proceedings of the International Conference on Batteries for Utility Energy Storage März 1991 333 zu 349 A. A. König R. Rasmussen Development of a High Specific Power Sodium Sulfur Cell EEEE 1990 William Auxer The P. Base Sodium Sulfur Cell for Satellite Battery Applications 32 International Power Sources Symposium Jerry Hill NJ 1986 Vortragsbend A88166010444 Unicos Kurzzeitspeicher für Systemstabilität Texas Town installs a Monster Battery for Backup Power Auf Popski.com Mai 2010 ABC Jeffrey W. Breitweite William L. Auxer Handbook of Batteries Chapter 40 Sodium Beta Batteries Zweite Auflage Macro Hill 2002 ISBN 0-07-1359788 40,1 zu 40,31 Sodium Sulfur Battery Energy D-Storage XL Energy Fund 2010 A. F. Hollimann Wieberg Wieberg Lehrbuch der anorganischen Chemie 101 Auflage D. Greuter Berlin 1995 ISBN 3-11012641-9 Vorlage Hollimann Wieberg Startseite fehlt American Ceramic Society Ceramatec MDR&AUD KIRO MDRup BAM MDR Kim Ah MDR